Hallihallo Hallö und herzlich Willkommen zurück zu Far Cry 4 und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, ich bin der Onkel und eigentlich wollte ich jetzt hier Eigentlich wollte ich jetzt Ja, jetzt haben wir hier einen Die weg Damn Und gestern hab ich wahrscheinlich so den Scheiß Hey Jay, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate der arme Eric, mein Dubel und jetzt das Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold Jetzt echt mal Ganz im Ernst Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric da für Modell stehen musste? Ohne es ist, wir sind fertig Asche zu Asche Amita, das Tor ist offen Ich bin auf dem Weg zum Palast Die königliche Garde greift an Wir kommen so schnell es geht Ich schnappe mir Pargan Hier müssen wir's gucken Zwei Missionen, liebe Freunde Okay Warum muss man sich denn das immer markieren? Das ist doch Schwachsinn Okay, man muss sich's gar nicht markieren Oh yeah Oh yeah Auf zu Parganmins Schloss Burg Tempel Sarg Ja, supi Es gibt überhaupt keine Straßen mehr Bisschen überhaupt noch richtig So Und rein geht's in den Palast Wo ist Parganmins? Komm rein! Bitte entschuldige die Knabheit, aber die Diener sind bereits zu Hause Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen So Bevor wir loslegen Ach Mit wem spreche ich? Dem Sohn Der die Asche seiner Mutter verstreuen will Oder Dem Verrückten Der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat Dann würde ich mit dem Ersteren reden Dann würde ich sagen Setz dich Sei zivilisiert Lass uns was essen Doch Das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen Du saßest Hier Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an Ich stand Genau so Und Was waren meine Worte? Ah Bleib hier Genieß das Krabbenrangun Geh nicht Weg Ich bin gleich zurück Nun Wenn du einfach gehört Gewartet hättest auf mich Dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen Um die Asche zu verstreuen Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der Nicht hörte Der Nicht Wartete Sondern sich lieber den anderen Affen anschloss Und anfing mit Scheiße zu werfen Aber ich sag dir was Ich sag Schwamm drüber Du hast Zwei Möglichkeiten Eins Du kannst mich Erschießen Langweilig Oder Du setzt dich hin Wir essen zusammen Und dann Verstreuen wir Die Asche deiner Mutter Zusammen Tja Keine grundsortige Frage Echt? Echt? Was? Was zum Geier Okay Die Musik muss ich überspringen Was war das denn? Hätte ich mich lieber hinsetzen sollen? Argan ist tot Es ist vorbei Wir haben gewonnen Hast du Lakshmana gefunden? Nein Ich weiß nicht was es ist Ist doch unwichtig Nein Du hast recht Was zählt ist Kürat Gemeinsam wieder aufzubauen Ich habe Ich Ich Wie schweiz ist das Hallo Nachbar Oh Mr. Gale Tja Das war's dann wohl Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr Weckst du den Raketenwerfer an den Nagel Gut Gefällt mir was du hier alles erreicht hast Ziemlich schade dass du bald wieder gehst Du wirst ihn zu den Akten legen Als Staubfänger Außer Es gibt noch was zu erledigen Offene Rechnungen Leute umzunieten Ganz genau Donald Ich bin Yogi du Sack Tüte Tüte? Diesmal nicht Dankeschön Haff ich das jetzt Ähm Ernsthaft Das AJ Hagan ist zwar tot Aber seine Festung Radschgard steht noch Die Truppen dort sind ohne ihren Anführerrecht unorganisiert Du solltest sofort einen Angriff starten Solange sie noch geschwächt sind Ja ich bin jetzt gerade so ein bisschen Ich bin gerade so ein bisschen Mein Gott da will man einmal Da will man einmal Sagt man sich Okay man ist jetzt mal rabiat Zack Dann war das auch noch die falsche Entscheidung Und sonst habe ich immer überlegt und gemacht Und dann kam immer irgendwelche scheiß andere Sachen raus Und das soll jetzt echt schon Das soll es jetzt echt gewesen sein? Also irgendwie Kann man da nochmal Kann man da nochmal irgendwie 32 und 32 Ich bin durch Ich mache einmal Ich mache Ja super Ja Freunde Das war es Für Den Dings Schützgrad Muss man jetzt das ganze Spiel nochmal durchspielen Um dass man da hinkommt nochmal Ich bin da rein Der kotcht mit mir Ich knall den Kopf Und das Ding ist alle Ich komme jetzt gerade nicht darüber weg Ganz ehrlich Na ja Gut Leute Dann war es das für Die Kampagne Für die Kampagne Doch Für die Und Ja würde ich sagen Ja würde ich sagen Quatsch Quatsch Fabulöses Ende Na ja Gut Dann machen wir jetzt noch diese DLCs Aufwachen Aufwachen Und die haben extra Und die haben extra einen Helikopter besorgt Nur für dich Du kannst versuchen 30 Minuten um sofortige Belohnung Verteidigung Bla 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 Du hast 30 Minuten Ich habe 30 Minuten um den extra Also ich persönlich finde ja Du solltest erstmal dein Arsenal aufstocken Besorg dir etwas Unterstützung Bevor du dich zur Grenze aufmachst 30 Minuten Äh Du könntest damit anfangen Hier und dabei ein paar Arbeiten zu helfen Man würde sich sicher erkenntlich zeigen Und es wäre ein deutliches Leck mich Für ihn war Warum machst du das? Hey Jay Wie kannst du mich das fragen? Bist dir nicht klar Dass man auch in harten Zeiten Liebe braucht? Dass ich dir das noch erkläre Und jetzt hopp hopp Du hast viel Arbeit vor dir Hä? Was ist das denn jetzt für eine Mission? Ich habe 30 Minuten Zeit Ich werde jetzt mal gucken Ob ich überhaupt mein Wingsuit habe Ich habe gar nichts Oh ja gut okay Das ist jetzt ja kein Arsch Komm ich springe mal Okay Müssen wir das anders machen Äh ja Ich habe keine Ahnung Diese Mission ist gerade irgendwie Total komisch Weil Hä? Hä? Rang Ach so Das ist einfach nur Okay wir machen nochmal Wenn man nochmal Ist das Herausforderung bloß? Oder was? Ich dachte ich das Das ist jetzt so ein Wenn du stirbst Startest du wieder am Glockenturm Ja ich glaube das versuchen wir jetzt einmal Ich finde ja du solltest erstmal dein Arsenal aufstocken Besorg dir etwas Unterstützung Bevor du dich zur Grenze aufmachst Ohne die richtige Ausstattung einfach tropflos zu marschieren wäre Keine gute Idee Ich würde gehen jetzt mal Ich würde damit anfangen hier und da bei ein paar Arbeiten zu helfen Man würde sich sicher erkendlich zeigen Und es wäre ein deutliches Fleck mich Für Juma Warum machst du das? AJ Wie kannst du mich das fragen? Ist dir nicht klar Dass man auch in harten Zeiten Liebe braucht? Dass ich dir das noch erklären Und jetzt hopp hopp Du hast viel Arbeit vor dir Na gut ähm Ich begreife zwar nicht so ganz Was hier der Sinn dahinter ist Wo wir hin müssen Und so weiter aber Ich würde sagen wir werden das sicherlich bald rausfinden Warum da hinten Na komm Guten Tag Ich habe mal ein bisschen Munition Boah ich habe keine Ahnung Ich laufe jetzt einfach mal hier lang Gibt es hier auf der Map irgendwo wo ich hin muss? Was kriegt man denn hier? Zwinge Zwinge Zwinger der Königlichen Garde Kaserne Wir müssen zu dem Eck extra Zu dem Punkt kommen Glaube ich Zu diesen hier Aber ich muss immer so Sachen machen Keine Ahnung Ich werde mal ganz kurz da hinfahren Dann Ich werde zu dem Ah ja. Klasse. Kling. Kling. Ich glaube schon, ja. Okay, es ist gerade komisch. Ich raffe das nicht. Ich muss die Gebiete, dann kriege ich Zeit dazu. Naja, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so das Tolle. Aber ich würde sagen, ja, haben wir noch mal probiert. Das ist ja Quatsch. Ist Quatsch. So, aber ich würde sagen, wir machen dann den nächsten Part noch diese Jedi-Jagd. Ja genau, Jedi-Jagd. Nicht Jedi, Jedi. Tal der Yetis. Und ähm... Greife im Mund. Keine Ahnung. Wir machen das einfach mal morgen. Äh, das nächste Mal. Und da würde ich sagen, ja, haben wir das Spiel soweit erstmal durch. Ähm... Ja, das Spiel dann eben... Ähm... Ja. Nochmal neu starten, um da hinzukommen. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Part das Tal der Yetis. Yetis, Entschuldigung. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.